Ach, tschi! Solange es nicht schlimmer wird, das ist kein Problem. Hallo? Ja, wer wird wohl vor der Tür stehen? Sie darf Ihnen vorstellen, das ist Walli, das ist Papa, das ist Marie. Was kann ich denn? Es gibt ihn halt her! Das ist nur ein leichter Kälter. Hauptkommissar Haft! Hätten Sie einen kleinen Haufen Blitz? Entschuldigen Sie, aber was tut denn eigentlich ein Stolz? Eine alte gibtliche Vase. Ach! Was? Die Vase! Alle paar Jahrhunderte öffnet sich das Tor zur Hölle. Schau! Das wird bestimmt ein lustiger Abend! Das ist nur ein kleines Tag, die wir bekommen. Alles ist ein kleines Tag. Vielen Dank.